Mut, Beharrlichkeit, Gefolgschaft, Freue und Opferbereitschaft der SA-Gruppe Südwest sollen fortan nur noch ein großes Ziel im Auge haben, die Befreiung der deutschen Nation. In steter Arbeit an uns selbst, in stetem Kampfe gegen alles, was undeutsch ist, muss dieses Ziel erreicht werden. Dies ist die Geschichte meines Vaters, eines Kriegsverbrechers, meiner Mutter, meiner Geschwister, Nichten und Neffen. Eine typisch deutsche Geschichte. Mein Recht ist es, meinen Vater zu sehen, wie ich ihn sehen will. Oder wie ich ihn sehe, nicht wie ich ihn sehen will, wie ich ihn sehe. Und das ist mein Recht. Das kannst du mir auch nicht nehmen. Und ich meine, dass ich eben auf dem Schulhof von Kindern würde, da hat dein Vater hin, sie klingt oder sowas. Der sagte, Auschwitz ist ein Rüstungsbetrieb, da arbeiten die Juden für Rüstung. Und damit hat mein Mann und ich, haben ihm das geglaubt. War erledigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017